Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Wir sind aktuell dabei, die Reliktfräse zu aktivieren und arbeiten uns hier munter und vorsichtig weiter tiefer hinab. Tief ist hier das Stichwort. Ich glaube, hier geht das nicht lang. Nee, wir müssen da, glaube ich, so außen rum. Kann das sein? Versuch mal mein Glück. Ah, hier kann man wohl lang. Ja, das sieht gut aus. Gehen wir mal. Oh. Soll das so? Soll das so sein? Ich glaube, ja. Gehen wir mal hier lang. Mhm. Hallo, Blaufuchs hier. Bin mich nur ein bisschen am Umgucken. Hoffe, euch geht's gut. Hier scheint irgendwas zum Aktivieren zu sein. Eine Konsole oder so? Ja. Das muss, glaube ich, unser Vieh machen. Kann das sein? Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Das glaube ich auch nicht, aber wo ist denn das fliegende Ding? Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Wir gehen mal auf die andere Seite. Vielleicht müssen wir... Oder ist das Teil noch... Ist das da noch dran? Wo ist es denn? Irgendwie habe ich es verloren. Ich gehe nochmal an den Anfang und gucke, ob das... Vielleicht ist es kaputt gegangen. Ach da, guck mal. Es schwebt da hinten noch rum. Kommst du wieder mit? Folgst du mir? Hey. Nö. Gut, gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht ist da noch was. Kann ja sein, dass da mehr ist. Bibi, nicht durch die Dinger durchlaufen. Die sind gefährlich. Oh, hier, guck mal. Das leuchtet aber jetzt gut. Gehen wir mal hier lang. Da, guck mal. Mhm. Gut, da. Okay. Jetzt mal vorsichtig schauen. Das nehmen wir mit. Da habt ihr schon wieder gesehen, wie die Maus wieder in die Mitte gezuckt ist. Aber sie ist dann doch wieder nach hinten geflubbert. Aber sie zuckt auch sogar jetzt noch. Unglaublich. So, was ist denn hier los? Hier ist eine Reliktkonsole. Die drücke ich jetzt mal. Okay, das hat das Ding umgedreht. Spannend. Ich bin über euch. Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Damit haben die nicht gerechnet, dass einer über denen ist. Zack. Hier mit dem ganzen Kram. Gebt her euer schönes Loot. Veredelte Fasern. So, da vorne ist eine weitere Konsole. Ich drücke die jetzt einfach mal. Man muss ja erstmal rausfinden, was da Phase ist. Oh, hier. Okay, dann gehen die beiden Dinger auf. Aber hier brauche ich wieder so ein Vieh. Und ich habe gerade keins. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Ja, ich habe aber so ein Gefühl, wo wir einen bekommen. Und zwar im vorderen Bereich. Wenn wir hier dran vorbeigehen. Oh, warte, ich mache diese Kon... Aua, aua. Ich mache die Konsole nochmal wieder zu. Dann können wir da hinten, glaube ich, einen Beobachter holen. Waren wir hier unten schon? Eben kurz nur gucken. Hier brauchen wir auch einen Beobachter für, ne? Ne, warte mal, was passiert hier? Auch Beobachter. Doch, doch, brauchen wir auch einen Beobachter. Okay. Und ich glaube, da vorne gibt es gleich einen. An diesem Terminal hier. Das sieht mir sehr so aus, als könnten wir da einen organisieren. Noch eine Beobachter-Konsole. Ja, gut. So, komm mal mit. Ich möchte dich bitte bitten, dieses Ding zu aktivieren. Das scheint er von ganz alleine zu machen. Na, aktiviert... Ja, doch, er macht was. Gut. Okay. Was passiert hier? Okay, warte mal. Hier kann ich noch hin. Ach, die muss ich zuerst machen? Okay, deswegen hier die 1, 1. Und danach die beiden. Das ist dann die 2. Na los, komm! Oh, Ryder! Und nun? Ich glaube, es geht weiter. Okay, das Vieh kommt mit. Pass auf. Ich mach das mal eben hier auf. Kannst du da durch? Ja, er ist schlau, er fliegt drumherum. Ehrenhaft. Du bist ja echt clever. Und jetzt einmal bitte hier das Ding aktivieren. Das wäre ganz reizend. Das Gewölfe macht mal richtig Bock. 4 und dann ist das 3. 3 und dann ist das hier die 4. Hoppala! Keine Ahnung. Ich mach's sonst nochmal. Wir machen das noch einmal. Bin mir nicht sicher, ob das gerade gezählt hat. Weil ich so aufgedrückt habe. Nochmal. Also hier hin. Du bist die 1. 1. Das ist die 2. Dann kommt die 3. Und dann hier die 4. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt was passiert ist. Das geht auf jeden Fall hier jetzt irgendwie noch rein. Dann drücken wir mal hier. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Noch mehr Relikte oder war's das? Ich glaube, das war's. Okay. Dann sammeln wir kurz die Überreste an. Dann gucken wir mal. Hier sind wieder 2 Löcher. Vielleicht geht es hier noch weiter. Die scheinen ja schon offen zu sein. Okay. Ich bin ein wenig, wie sagt man? Fabiert. Aber das wird schon. So lange wir immer noch einen Weg haben, wo es weitergeht. Irgendwas los? Okay. Ich habe eine Glyphel gefunden. Oh oh. Glyphel sind immer so eine Sache. Oh nein. Jemand hat wieder auf meinen Harry Potter und die Kammer des Schreckens Teil 3 geantwortet. Das war da, wo ich so richtig dumm war. Hab ich gerade mal eine Uhr bekommen. Direkt umgutes Gefühl. So, wir gehen mal einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wenn es denn hier irgendwie noch weitergeht. Also ich kann auf jeden Fall hier lang gehen. Hier ist ein Behälter. Schön. Aber wo geht es weiter? Es klingt, als wäre das eine Tür oder sowas. Aber hier geht es nicht weiter. Hier ist auch noch zu. Ist da hinten noch eine Konsole? Nein. Tja. Irgendwie bin ich ein wenig gefangen. Ja, hier geht es nicht weiter. Dann würde ich sagen, drehen wir erst noch mal wieder um und versuchen es noch mal auf der anderen Seite. Also ich sehe jetzt hier so nichts, was ich tun kann. Ich habe keine Konsolen mehr. Ich kann hier nur noch wieder raus. Okay, man kann das Ding noch mal wieder umschalten. Aber dann geht ja hier die Tür zu. Mö. Man kann hier natürlich noch mal rein. Ah, guck mal hier. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Dies ergibt natürlich Sinn. Feinde! Feinde! War es das? Jo. Dies scheint es gewesen zu sein. Hier ist nichts los. Okay. Feinde! Hier ist wohl wieder was zum Switchen vielleicht. Aber ich sehe keinen. Doch da. Ich sehe eine Konsole. Gucken wir doch mal. Was passiert. Moin! Ich glaube, das ist bis jetzt das komplexeste, das komplexeste von diesen Relikgebäuden, die wir je hatten, oder? So viel Rätseln und so hatten wir bis jetzt noch nie. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir herkamen. Okay. Hier musst du ja richtig was machen. Ist ja richtig Arbeit. Ist hier noch irgendetwas? Oder nur Geröll und Gestein? Aha! Ja, ja, ja. Es lohnt sich immer, Leute. Es lohnt sich immer. Gründlichkeit ist eine Zier. Eben nochmal hier gucken. Hier bräuchte ich mir wieder so ein Ding. Das ist aber nicht bis hierher gefolgt. Das heißt, geht hier noch nicht. Wir müssen eben wieder zurück. Okay. Dann wird hier wahrscheinlich gleich drüben irgendwo so ein Teil sein. Ist das hier so eine Konsole, wo ich so ein Vieh herkriege? Ne, ne? Da ist so eine Konsole, wo ich einen brauche. Blöd. Wie krieg ich denn so ein Teil? Hier vielleicht? Mal sehen. Moin! Wo? Was ist das denn? Ich glaube, das war's, während von hinten so einer angefahren kommt, um mich von hinten hinterrücks ganz sanft zu umarmen. Wollte ich mich richtig umschmeicheln, der Junge. So, was ist denn hier los? Sehr schön, da haben wir wieder einen. Dann komm mal mit, Kleiner. Komm mal mit. So, erstmal gucken. Also, warte mal. Hier sind Überreste. Da sind Überreste. Kannst du immer gebrauchen. Dann eben mal gucken. Hier oben irgendwas. Was ist das? Das ist ein Behälter, ist das. Na dann, komm. Ran damit. Easy row. Hier ist noch ein bisschen Munition. Das ist nie verkehrt. Überreste. Noch mehr EZero. Bevor wir jetzt da lang gehen, nehme ich den jetzt erstmal hier mit hin. Komm mal mit, Kleiner. Komm mal her. Komm mal, rangefahren. Ja, ja, ja. Komm mal her. Komm mal mit. Da habe ich jetzt einmal hier einen Bereich, den du mal öffnen kannst. Bitte einmal aktivieren. Bitte einmal aktivieren. Die geht jetzt was zum Scannen. Und da drüben, was haben wir da? Nochmal wieder einen Behälter. Okay. Dann komm mal mit, Bruder. Kommst du hier rein? Sehr schön. Achtung. So, hier habe ich auch noch mal zwei Dinger. Einmal hier. Oh, ich hätte noch Überreste vergessen. Bitteschön. 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 Dann greif ich mal in die Trickkiste. Komm da einfach mal so ein Beobachter raus. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Hier. Okay. Bist du noch dabei? Ja. War hier nicht noch mehr? Mir wäre so, als wäre hier noch mehr gewesen. Ja, komm mal mit. Hier war doch noch mehr. Ich glaube, er verlässt den Ort hier nicht. Kommst du nicht hier mit hin, ne? Nö. Er möchte wieder zurück. Na gut, dann komm. Komm mit, wir gehen wieder zurück. Kommt mal alle durch da bitte. Sonst kriegt ihr wieder aufs Maul gleich. Okay. Dann hier rein bitte. Folgen Sie mir. Ja, folgen Sie mir bitte. Bitte einmal folgen. Dankeschön. Hier ist alles offen. Hier kamst du her, ne? Ja, da hatten wir unsere Relikt geholt. Dann, äh, gehen wir mal weiter geradeaus. Komm mal mit. Jo, komm mal mit, ne? Immer mitkommen. Wo ist hier ein Zerstörer? Ich sehe da keinen. Bist du noch da? Jo, Achtung. So, oh, äh, Achtung. Große Jungs voraus. Oh, oh. Eifel scheiße, blöber. Achter, 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 achter. Holy moly, ey, da. Gut, wir sind am richtigen Ort. Das war ja richtig heavy, Alter. Leute, ihr habt ihn zwar nicht gehört, ne? Aber der Hahn meinte auch so, meine Fresse, das war heavy. Binne Fuchs, du solltest mal eine kleine Pause machen. Und er hat, glaube ich, nicht Unrecht. Meine Lieben, ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt jetzt so weit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer eine entsprechende Däumeline da, Kommentare und Feedback natürlich sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Tschüss, euer Blaufuchs.